Hi Leute, ich habe mittlerweile das ein oder andere Video gemacht und habe festgestellt, dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Und da ich ja jetzt mit dieser neuen Reihe anfange und auch sonntags ein Video online stelle, nicht nur donnerstags, habe ich gedacht, dass dieses Vorstellungsvideo ein guter Einstieg für die neue Serie. Ich bin Jacqueline, ich bin 33 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und meinen drei Kindern in Berlin. Und meine Kinder sind meine beiden Töchter. Die sind sechs Jahre alt und drei Jahre alt, beziehungsweise fast vier Jahre alt. Und unser Jüngster ist ein Junge und er ist jetzt ein Jahr alt geworden. Ich gehe davon aus, dass man ihn deutlich hört auf diesem Video, wie er herumprabbelt. Meine Tochter, meine älteste Tochter macht einen Schwimmkurs und das ist ganz praktisch. Der ist früh am Morgen und so habe ich dann Zeit, hier draußen bei schönem Wetter in der Natur Videos aufzunehmen. Und ja, mein Jüngster sitzt dann hier in der Karre daneben und frühstückt. Ich habe ja jetzt seit zwei Monaten diesen YouTube-Kanal und muss sagen, es macht mir Spaß, Videos zu drehen. Also ich denke, man kann auch sagen, dass es besser wird, dass es alles flüssiger wird. Es ist gar nicht so einfach, wie ich am Anfang immer dachte, aber wo ich hin möchte mit meinem Kanal. Ich denke, das ist vielleicht auch noch so eine ganz wichtige Sache bei einem Vorstellungsvideo ist. Ich möchte euch gerne zeigen, wie mein Familienleben aussieht. Ich finde immer, als Mutter besteht die Welt nicht nur aus Basteln und Essen und vor allem auch nicht nur aus Kindern. Ich finde, Mutter sein ist auch wichtig, auch mal ich zu sein. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Das heißt, ich möchte euch auch wirklich einen Rundumschwung geben. Es werden jetzt auch im Herbst, denke ich, die ein oder andere Dekorationen kommen, die ich zu Hause umsetzen möchte, die ich dann für euch filmen werde. Ja, und so wächst und gedeiht das hoffentlich alles. Und was ich mir auch ganz stark wünsche, ist, einen regen Austausch mit euch zu haben. Ich bin ein Mensch, der gerne Diskussionen führt, Gespräche führt und sich andere Meinungen anhört, um dann auszuloten, ob da auch was für mich dabei ist. Und genau das wünsche ich mir auch für diesen Kanal, dass wir eben in regen Kontakt treten, miteinander sprechen, diskutieren und ja, mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt auf die Zukunft, freue mich auf die Zukunft mit dir und mit diesem Video oder jetzt bin ich am Ende meines Videos, verabschiede mich. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ein schönes Wochenende gehabt und dann sehen wir uns wie gewohnt am Donnerstag wieder. Also, mach's gut. Tschüss!